Merlin, der Körper holt sich den Schlag. Wenn ich den Satz höre, kriege ich harte Aggressionen. Es gibt viele Sätze, die ich toleriere, aber diesen Satz toleriere ich nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde ihn äußerst provokant. Ich würde sagen, damit Korn sich Feinde bei mir machen. Das sind Sachen, die weiß ich, aber die will ich nicht wissen. Und die will ich nicht hören. Es gibt Gebiete, wo ich meine Toleranz auslesen will. Und das ist eins dieser Gebiete, würde ich sagen. Deswegen, wenn ich mal irgendwann mal reinrollen bei dir, wegen Schlafmangel, weil ich mal wieder meinen Schlafrhythmus gefickt habe, dann möchte ich nicht von dir hören. Merlin, der Körper holt sich den Schlag. Nein, nein, ganz im Gegenteil. In die Haupol ignoriert man diese Aussage und kommt mit einem neuen Statement daher. Ja, es ist 2 Uhr 46, glaube ich. Nach einer exzessiven Handliebe-Session werde ich mich nun in meinen Schlafsack begeben. Und den Tutorial anschauen und wegknicken. Und morgen werde ich noch übermüdeter sein als heute. Aber ich möchte mir das Recht herausnehmen, in dieser Ignoranz weiter leben zu können. Bis ich hart crashe. Was mir außerdem nicht gefällt ist, die Kabel in der Ecke werden warm. Trotz Isolierungshülle oder Holzkasten, der ziemlich dick ist. Und der stellt durchaus eine Brandgefahr da. In so einem alten Gebäude ist sowas schnell passiert. Jo. Das wollte ich jetzt noch so kurz machen. Danach noch ein bisschen darker am Wiend, damit ich einpennen kann. Und dann ist alles cool.